Hallo liebe Gattln und Berklin-Fans. Heute haben wir ein Motto, es ist nie zu spät. Wir wissen, es ist der erste Advent, aber der Martin braucht noch für seine Werkstatt und einen Adventkranz. Und den basteln wir jetzt auch. Wir haben ein bisschen Gras, verschiedenste Arten, ein bisschen Kiefer, ein bisschen Duie, was wir gefunden haben. Dann haben wir ein Stückchen Rindner. Das brauchen wir unten, dass wir das Loch abdecken können, dass uns nicht immer alles rausfällt. Vier Kerzen und ein bisschen Deko. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann ausschaut, wenn wir das da reingebastelt haben. Und fast vergessen, ein paar Zöpfen hätten wir auch noch. Und es ist schon klasse, wenn die Garten schon immer so gut schneit. Aber das ist jetzt in Martin seine gut gekennzeichnet, dass wir sie auch nicht vertauschen. Meine ist erst drauf beim bearbeiten, dass sie wieder scharf ist. Und das zeigen wir euch in einem anderen Video. Ja. 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 Vaal. Klar. Ja. 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 Heirot. Wakraos. Ja. 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 Fünf Minuten später, Platt-Wand-Kranze ist fertig, schauen wir mal, ob es im Herrn der Schöpfung so passt, ansonsten muss er sich noch einmal umdekorieren, ist ja keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal, euer Garteln und Dörkel-Team.